dann machen wir deine ich begleite dich Prozent spritte begleitet ist nämlich zum Ball klar natürlich die Juli oder soll ich nachhelfen noch mal ja er hat ihm ist wirklich Toten die muss mich gut machen Zuschauer Modus Prozent 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 du bist er der Gürtel der Schöne das Hauptsache schon die Prüfung glaube ich ich hab mich schon so oft geschafft Zeit plötzlich blaue Augen ja übel gell gerade vorher waren sie noch grünen müssen wir noch mal gucken oh oh dumm 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 all das sind es für fette Stufen er hat das ist auch gewesen dass es so komisch war er hat die Gürtel schwebt ja es ganz gut so genannt zu das kann ich auch richtig cool aus reichern wo alles ist voll geil aus um der Lecker volles Plastiklaserschwert Judenkreuz kann ich dir helfen versuch's schon mal Prozent wo ist der nächste ja ich kann helfen das ist hey das ist cool ich mag ihnen Sachen will auch kämpfen später er musste nach dem Roboter dann kriegst du mal schwer die auch so weil ich bin jetzt ein Bock er Prozent was du bekommen können ja ich muss wieder zu ihm gibt es irgendwie ist der Ex-Chose so Mike kraft die Steak ja so hinter der Wand loll ich bin auf einem teleportiert er hat er hat er hat er hat ich bin er er ist noch zu verletzt ich bin mehr Ticket kann zauberten Schaffner und Stärken es ist nicht das heißt weil er ist nicht das heißt so lautet der Kodex der im Herzen und du wirst stärker haben ich hab die Zähler hat mit irgendwas mit dem Herzen haben immer für immer natürlich es ist meine Bestimmung 1 es passt immer und beim Kopf der die Hörner da das Außenrum auch so irgendwie hingeschaut Zertag angst vor ihm kann man das Essen Prozent ich frage mich wenn du die Antwort auf diese wirst du mehr Macht haben als deine Meistern Geh weg Leute, jetzt haben wir es gesehen so jetzt sagen wir deine Geh jetzt auf die King Seilbox kämpfen er lebt jetzt kurz geleckt bis sie wieder im Rändern war ein Rändergarten ja genau das haben wir schon gestern gemacht und ich ja du zumindest bei mir hat es zweimal abkackt weil ich sage weil ich eine Minute zu lange bezogen habe ich muss ich habe ja nicht so gemacht ich habe irgendwie E-Mail gehen wo muss ich hin recht da lang gehen geh mal rein ich kann noch nicht rein schau so Willkommen zurück zu Star Wars der Old Republik ich habe vergessen Part 1 gestern hochzuladen ich bin ja wir machen Let's Play Together da ist der Handication Hi der hässlichen Mongo da vorne den ich heute kein Zeichen Mars Eis nicht gegeben habe oder es ist Nickers Eis oder es ist Nickers Eis ja es gab kein Nickers Eis mehr deswegen habe ich Mars Eis gehabt geholt oh ich glaube es ist Nickers Eis das hat Nüsse hast du keine? ein bisschen das ist ein Klo also ich habe jetzt gerade ein bisschen gegen solche Kloschnecken gekämpft ja ich habe gewonnen bin gut boah ich bin so immer und ich mach mein Hits ja ihr Let's Play hier gleich ah hab ich jetzt gewonnen hey das was grüßt das will ich das will ich alles nehmen weil es jetzt ein Schwert denk schon Trainings hä kann ich es irgendwie auch anlegen du musst Bedarf oder Gier drücken Bedarf ist wenn du willst und Gier nicht also du bist es ja dann machst du Bedarf Erdbeben aber ich wüsste auch deswegen mach ich auch Bedarf ich krieg jetzt einfach mal durch und schau was das bedeutet äh schließen einfach wow Bedarf shit ich glaube ich habe Black Screen echt jetzt? nicht dass es wieder in Daumen an mir hängt langsam verstehe ich das Prinzip bei dem Spiel bam jetzt mach doch mal zwei klicke ich irgendwas mach ich lauf ich oder so ja du läufst ok jetzt stirbst du gleich er beschützt mich mal irgendwie wie ich lauf mal nach rechts ja warte ich noch mal kurz die kleine Aufnahme ja ich bin Stufe 2 1 ja ich hatte ich noch kurz so oft damit Poste ok ich bin voll der Loop ja also ich nehme jetzt wieder auf ja ja ok also du hast auch schon weitergemacht oder ja ich habe ein bisschen weitergekämpft ja ok ja also ich bin gerade im Ladebildschirm 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 irgendwie annehmen oder wie muss ich das machen aber ich zeigte es wird dann hab ich nicht mach mal eben guck mal ob du da so ein grünes Jahrhundert ich war ich die genau in den Sporn von den Elkloch Schnecken oh dieses Bond trappen immer dieses Bond trappen wo bist du Schau mal äh wenn du M drückst ging Pakloch Schnecken also wenn du M drückst siehst du mich frei auf der Karte ja ich bin grad ein bisschen beschäftigt ja siehst du äh oben links dieses drehen der Dreieck das liederne Teil nein nein das liederne Teil bin ich bei M oder was ja ja was ist da äh das drehen der Teil ja seht das Dreieck da ach das ist da links oben ja siehst du das äh da müssen wir hin da müssen wir hin das steht Missionskrieg er kann man ja hier gab es aus dieses Ding ist ein Kulte Kassi die Gute das zu kaufen und zu zeigst da hier ein Spielsachen auch kaufen ja ja du kennst hier wieder aus alles nehmen m das eigentlich in jedem so ein Spiel so oder ja eigentlich schon ich hab da gerade so einen gesehen da so richtig cool gesprungen ist da kann es auch richtig ist auch können ja ja das kannst du dann wenn du Geld hast das ist ein Pakloch Schnecken hier ist ein starker ja ja nimm du ich brauchst so Müll nicht ja ja das wird geteilt ich kann dein Zeug nicht nehmen ich würd gehen da kommen sich ganz viele ja das seh ich einfach irgendwas drücken irgendwas wird schon richtig sein cool gibt's da was also du musst das ganze Blutzeug aufnehmen das weißt du oder ja ich nehme einfach alles auf was mir gefällt ja also immer da wo dieser Strahl ist ja ja ich weiß es sind meist mehrere Strahlen ja ja und bis wir nicht dahin nein da waren wir schon so wenn du M drückst jetzt siehst du da auch dass wir hier ja das ist ja immer ganz hinter so soll also da wird da wohl das Dreieck ist das Grüne oder was sind es gut ja da wo wir hergekommen sind sagen wir so ja es ist auch ein geschaffen Weg ja ja müssen aber zu Waffen kann man doch steht da um Recht bei mir als Mission ja aber ich kehre erst zu den Tipps geh hin komm her holo gespräch hallo ich habe die Explosionen gehört als sie die Sprengsätze gezündet haben hervorragend Dankeschön das war gelogen soll ich annehmen ja oh abgeschlossen Freund ich auch was Kartell mit Sinn gefu- sein Benutzerkonto wurde eine Kartell mit Sinn ja man klickt jetzt weg ich habe kann ich sagen irgendwie annehmen was annehmen ja irgendwie anziehen ja drückt B B B wie B wie B B Bumsen nicht vor der Kamera hm da kommt es ist jetzt hier Zeichen ja und links warte mal warte mal ja so B er B also bis in diesen Inventar ja ja und dann klick einfach links auf die Schuhe oder ernein rechts auf die Schuhe endlich ah jetzt ab so gehen wir zu klicken klick mal den Typen hier an die Stadt werden was das ist es nachher an sich wohl nicht ja sexy Schuhe danke Redner mit den Typen hier ich habe euch schwer ja das hast du vollbekommen Redner mit dir hat kann auch irgendwie trollen ich kann doch nicht reden ja rechtsklick warte mal ich kann die nicht ansprechen ja mach mal rechtsklick auf den ja mach ich ja die ganze Zeit also schauen irgendwie bei der dass das Zeichen da kommt bei deiner Maus muss ich warten oder was ja du siehst doch das wenn du mit der Maus auf die gehst ja bin ich ja kommt ja so ein Zeichen nein bei mir eben nicht warte ich geh nochmal ganz kurz zurück hä verstehe ich wusste irgendwas falsch ja wie immer warte mal ich seh kurz auf dich und jetzt wieder zurück ja nicht links rechts trotzdem geht's nicht hä du musst auf die rechtsklicken hier da rechtsklick ja rechtsklick mach ich ja geht dir nicht okay dann weil bei denen kannst du jetzt halt das bringen da machen das coole oh ich will das auch komm auf M so jetzt kann ich ja das machen warte kurz wo bist du tut das weh ein bisschen einfach alles mitnehmen was mir gefällt ich habe nur eins na das brauche ich jetzt nicht das habe ich genug ja du nimm einfach alles auf das Ganze verkaufen ich bin Geld okay dann ist gesund oder wo gehst du hin oh alter hast du es gerade gesehen guck mal ja so viel cool so das kann ich auch schauen du kannst echt nicht mehr kann ich nicht anklicken nein ich kann die nicht anklicken wenn du rechtsklick auf die machst nein ausbilder ist auch so ausbilder 2 entfernt halt nein geht immer noch nicht auch wenn ich neben mir stehe so dass das nicht schwarz weiß ist sondern das Zeichen siehst du das die sieben da und dann diese rote warte mal ich schalte den chat aus siehst du die rote und dann das sieben äh wo wenn du mit der maus auf sie gehst ja das ist nur meine maus mehr nicht du siehst die maus ja ich sehe die maus ja ist die maus mausförmig oder ist das eine sieben mit rote ne maus ja wie schaut die maus aus wie eine normale maus ja wie in ganz normalen modus halt wenn du ganz normal zockst ja und geh mal mit der maus halt so auf die die kehren so dass auf dem körper von der gist ja bin ich betatscht die grad dann muss ich rechtsklick machen weil wenn du so mit der maus auf den ausbilder die ist eine der ja irgendwie schon der heißt gießen ja genau eigentlich du musst mit den sprechen können mit der anderen da die da steht kann ich sprechen da ja genau das ist ein anderer ausbilder als ja genau mit der musst du sprechen ach ich war grad voll weil ich hab einen anderen Lehrer als du soll ich sprinten oder machtstoß machen also machtstoß geht eher nur das wo du kannst ja mach einfach das wo du kannst das erklärt schon einiges warum ich mit dem sprechen das es sprechen kann das habe ich gewusst ich wollte dich nur testen jetzt probiere ich das mal aus ähm hallo boah fass mich nicht an digger ah no no ich bin ich stark alter aber jetzt habe ich genommen auch zu sehen egal ja das muss alles nehmen wie sieht das alles aus oh alter ist es cool ja jetzt einen noch ich auch mal schön hauen wir die dinger um alter wir raschen hier jetzt durch ok also siehst du das zeichen da nochmal das dreieck da ja ich raste grad durch ich hab nicht auf die karte geschaut ich mach die grad fertig hm boah ich muss hier mal so du hast ein dreiecks zeichen ja das nimmst musst du annehmen ey ey ich kann grad dich drauflegen du bist im weg ich geh drauf so annehmen annehmen ja so da können gleich welche von der Decke woher weißt du das ich hätte ich schon mal gespielt das stimmt ja Ohr voll der Umgang Alter Ohr level 3 los angriff da war grad ein Typ da war er wieder weg und jetzt kommt er von oben ich krieg auch die ganze Zeit was wenn du jemanden kennst ah das ist wieder was grünes das ist meins das habe ich gefunden ja das wird ausgelost ich hab's erschlagen okay äh ich will ich will die ich will die ich will die Schuhe leichte Rüstung nee die sind nix für dich die sind gut für mich du brauch also ich brauch glaube ich brauch ausdauer und Wille du brauchst Stärke und Ausdauer also klick dir mal auf das Gio okay bam alter ich sag dann welche Werte du brauchst ja bei Schwertern ja okay da können wir uns manchmal streiten Feinde losführen okay Präparationspaket ist nämlich mal Erfolg abgeschlossen das Gewinnspiel wo okay wo müssen wir heute lang wollen wir ihnen auch sagen die Zuschauern dass wir äh schlechter bin ich ja das auch äh dass wir das jetzt alles in einem Part aufnehmen und dann einfach schneiden ey warte ich muss ja machen wir ja das habe ich gerade gesagt Moment ich mach ich mach auch kurz was in den Einstellungen ich hoffe das kommt nicht wieder so laut rüber bin ich laut weiß ich nicht wo ist meine Tastenbelegung so nächster Gegner wo bist du Ausdauer Willenskraft oh das sieht voll gut aus jetzt habe ich ein Bambus achso das ist mein Standort Schwerter oder was an Händler zu verkaufen jetzt hast du doch die Stühle genommen was? jetzt hast du doch die Stühle genommen die sind so schön die war da Ausdauer Stärke dabei echt Ausdauer Stärke okay ja neuer Wille doch warte mal äh ich hab zwei Schuhe Ausdauerkraft Ausdauer und Willenkraft ja genau warte komm mal her wir können ja mal versuchen gegen die zu handeln Ausdauer und Stärke Stärke und Ausdauer ich bin Stärke 4 ne ich brauche die Stärke nein ja doch du brauchst Stärke ich brauche Wille magst du magst du mal ein Ding haben und geht es überhaupt kann ich dir das zuwerfen wie ein Ding hier ah hier nein nicht wegwerfen nur Abonnenten okay geht doch nicht willst du diese Auskünfte stören das geht nicht da brauchen wir Abo wir haben noch 5 Abonnenten ich hab 5 Abonnenten du hast 8 komm wir machen Abonnenten Special dann mal na klar Abo treffen mit 5 Abonnenten falls die einen in Augsburg wohnen zwei davon ist ja ein Taschen die Masse und du hey machen wir erst das hier ok also machen wir erst deine meine Mission dann machen wir deine Mission ja was musst du machen keine Ahnung ich muss zu der Waffenkammer ich muss Opferkammer was du betrittst die Sehensphase der indication du kannst helfen aber du kannst einige Missionen Fortschritte werden ja ok natürlich ja 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 ja